besser wieder wir haben zwei tagen stark okay zumindest haben jetzt kein foto mehr so schon mal sehr gut so wieder im keller das normale haus mit nur erdgeschoss und keller los geht klinger von dem licht sich gefunden die knochen die hat das video wird das können wir mal benutzen wenn du kannst wenn du kann wenn du noch freie hand hast kannst du es ja mit nach oben nehmen und schon mal in den Wohnzimmer packen bei der wo Fragen stellt bei dem geht das die die Sanity nämlich ziemlich in den Keller Bist du ein Kind? Bist du alt? Bist du alt? Bist du alt? Bist du ein Kind? Bist du alt? Bist du? Bist du? Bist du ein Kind? Bist du ein Kind? Bist du ein Kind? Wo bist du? Bist du ein Kind? Bist du alt? Das ist der Keller. Wir haben Gefriertemperatur. Das ist der Keller. Wir laufen in den Keller und aus dem Keller kommt der bestimmt. Oder kam der. Das bestimmt findet in der Aufnahme zu sehen. Alter Schwede. Wir sind in den Keller. Ich hoffe mal gucken was er zu erzählen hat. Eh, das ist ein Biter. Wo bist du? Bist du ein Kind? Bist du alt? Willst du mich angreifen? Das ist so geil. Fängt er auf einmal an zu hunten. Das ist so mies. Okay, der hat das Licht angemacht. Jetzt können wir Fingerdrücke suchen. Eine Kamera muss ich jetzt noch nach rechts stellen. Die Tür hat er aufgenommen. Die Tür hat er aufgenommen. Und da wird der Tür. Und da ist es in diesem Weg. Wack, wacken auf immer. Wacken auf immer. Wacken auf isst. Wir haben Fingerabdrecke. Ach, Gäste, dann wird ausgebüßt, IMF fehlt noch und Salz, gut. Wir haben Fingerabdrecke. Schreib etwas ins Buch. Wir haben Fingerabdrecke. Was haben wir denn dort? Wir haben Fingerabdrecke. 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 Also passt das nur mit Banshee. Bist du ein Kind? Bist du alt? Wo bist du? Willst mich angreifen? Willst mir was tun? Schau. So, alles ist erledigt. Ich fahre jetzt weg. Ich bleibe bei Benji. Die Box funktioniert bei mir nicht. Willkommen zurück, das Job ist bereit für euch.